Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Heute geht ja auf Schalke die neue Trainingswoche los mit der Vorbereitung auf das unfassbar wichtige Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Und natürlich schlittern wir auch dem Deadline Day immer näher entgegen. Es gibt nur noch ein paar Tage Zeit, um Transfers zu tätigen. Und auch da gibt es nun rund um Kofi Cuau sehr, sehr schlechte Nachrichten für Schalke. Wir blicken heute auf diesen Transfer, der möglicherweise geplatzt ist. Wir schauen auch nochmal auf das Torte-Thema drauf. Denn mittlerweile ist wohl klar, dass Marius Müller ins Tor zurückkehrt. Und ansonsten gibt es auch klare Aussagen von Karel Gerrits bezüglich der aktuellen Situation, der Leistungen seiner Mannschaft und eben auch dem Trainingslager, warum es dort gut gelaufen ist und warum es eben jetzt nicht so wirklich funktioniert hat. All das haben wir somit hier und heute auf Schalke Inside mit dabei. Und jetzt gehen wir rein in die aktuellen S04-News. Legen wir los. Direkt mal mit unserem Cheftrainer Karel Gerrits, der natürlich nach dem Spiel gegen Kaiserslautern gefragt worden ist, was ist da schiefgelaufen, woran hat das gelegen, was hat dort nicht funktioniert. Und da hat er sich gegenüber der Watz auch sehr ausführlich geäußert. Zum Spiel generell, vor allem auch grundsätzlich zum Spielerischen, hat Gerrits da Folgendes gesagt. Ja, wir hatten oft den Ball, haben auch von links nach rechts gespielt, aber wir müssen alle realisieren, dass keiner Erfolg hat, wenn man nur von links nach rechts spielt. Im Fußball gilt immer, Willen, Intensität, Leidenschaft, Zweikämpfe entscheiden. Gewinnst du die Zweikämpfe nicht, kann egal welcher Spieler auf dem Platz stehen, du wirst keine Spiele gewinnen. Der Beweis dafür war das heutige Spiel. Und diese Aussagen hat eben Karel Gerrits danach Abpfiff getätigt. Deswegen spricht er auch von heute, vom heutigen Spiel. Nicht, dass ihr euch da jetzt vielleicht wundert. Und ja, Karel Gerrits hat dort sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise recht mit. Natürlich wollen wir alle guten Fußball sehen, wir wollen schönen Fußball spielen, wir wollen erfolgreichen Fußball sehen. Aber auch ich hatte das Gefühl, dass die Spieler, dass die Mannschaft gegen den FCK von Anfang an überhaupt nicht drin war im Spiel. Der FCK die wichtigen Zweikämpfe gewonnen hat, die zweiten Bälle sind alle bei Lautern gelandet. Und dann wird es immer grundsätzlich schwer, spielerisch akzentrieren zu können. Gerrits ist natürlich aber auch ein Trainer, der das Spiel analysieren muss, analysieren wird. Und auch dazu hat er sich gegenüber der Watz geäußert. Ich werde meine Analyse machen, werde meine Spiele auffordern, das auch für sich zu tun. Ich werde dann in den kommenden Tagen in Spielen erklären, was ich denke. Und sie können mir sagen, was sie denken. Und rund um das Trainingslager in Portugal gab es ja dann auch wirklich viele Meldungen, die besagt haben, die Mannschaft ist gut drauf, sie steht näher zusammen, die Trainingsinheiten waren gut, auch die Trainingsspiele, die Testspiele haben guten Eindruck vermittelt. Das sollte eigentlich eine ganz gute Rückrunde werden. Und deswegen gab es ja umso größere Fragezeichen, warum man gegen Lautern, vor allem auch durch das 2 zu 1, so auseinandergebrochen ist. Und Karre Gerrits hat auch nochmal über das Trainingslager Klartext gesprochen. Ich habe allen, die in Portugal waren, auch den Reportern gesagt, es läuft zu gut. Und es ist nie gut, wenn es zu gut läuft. Wenn die Atmosphäre gut ist, wenn wir gut spielen, wenn sich alle wohlfühlen. Die Wahrheit im Fußball ist immer das nächste Pflichtspiel. Und das war Hamburg, das war nicht gut. Und nun Kaiserslautern, das war auch nicht gut. Und damit macht Gerrits auf jeden Fall nochmal eine Sache klar. Auch wenn die Stimmung im Trainingslager, in den Testspielen auch die Leistungen vielleicht ganz gut waren, bringt er das halt für die Pflichtspiele rein gar nichts. Aber auch deswegen verstehen eben viele nicht so wirklich, warum man aktuell so schlecht dasteht. Karre Gerrits gibt mir zumindest das Gefühl, dass er versteht, was aktuell los ist und wie brennt sich die Lage ist. Denn auch dazu hat er nochmal klare Worte gefunden. Wir sind nicht oben, wir sind unten. Nicht weiß, sondern schwarz. Wenn wir das nicht alle realisieren, haben wir Probleme. Ich realisiere das. Wenn wir wieder rauskommen wollen, müssen wir kämpfen. Wieder und wieder und wieder. Ich liebe schön Fußball, aber nun müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Ganz einfach. Und ich weiß, dass viele Schalker das Wort kämpfen nicht mehr hören wollen. Für mich ist das aber auch ein anderes Wort dafür, dass Karel Gerrits, hoffe ich zumindest mal, damit einfach ausdrücken will, dass die Spieler es einfach verstehen müssen, was Sache ist und wie ernst die Lage auch einfach ist. Ein großes Problem bei uns ist natürlich aber auch unsere Defensive. Und da hat Karel Gerrits natürlich auch eine Frage bekommen, ob er diese nun erneut umbauen muss. Und mit dem Thema war er natürlich nicht so richtig von begeistert, das wieder ansprechen zu müssen, weil er ja gegen Lautern bereits was probiert hat. Ich habe im Vergleich zum Hamburg-Spiel zwei Positionen geändert. Da war die Defensive auch stark kritisiert worden. Ich kann nicht jede Woche zu Abwehrspielen austauschen. So funktioniert das nicht. Und trotzdem ist eben auch klar, dass unsere Abwehr, so wie sie sich auf Freitag wieder präsentiert hat, auch nicht funktioniert. Das ist natürlich auch für unseren Trainer eine sehr schwierige Situation. Denn neben fehlenden Transfers natürlich auch für die Defensive haben wir zudem noch ein gewisses Problem bei unseren Führungsspielern. Denn auch da, finde ich, hat man gegen Lautern vor allem auch gemerkt, dass da ein Ticken was fehlt. Simon Tirotte zum Beispiel, unser Kapitän, ist ja im Kabinentrakt danach ausgerastet. Es gab natürlich auch nachher Aussagen, wo auch von Schalke-Legenden gesagt worden ist, das hätte er mal lieber auf dem Platz zeigen sollen. Aber laut der Watz ist Tirotte aktuell auch sehr mit seinen eigenen Leistungen beschäftigt. Und es beschäftigt ihn schon sehr, dass er bislang auch erst drei Tore erzielen konnte. Auch deswegen weiß er logischerweise, dass er seinen Standplatz nicht zwingend sicher hat. Und damit ist er auch etwas mit sich selber erst einmal beschäftigt. Und auch seine Stellvertreter oder auch andere Führungsspieler aus dem Mannschaftsrat, wie Marcin Kaminski und Ralf Fährmann, befinden sich in einer gewissen Formkrise, sind umstritten. Es wird um die beiden diskutiert. Und auch deswegen sind das jetzt eben Nichtspieler, die zwingend vorweg gehen. Und laut der Watz gibt es eben auch dann zu viele Spieler, wie zum Beispiel Paul Seguin, Lino Tempelmann oder auch Tobias Moore, die dem Druck nicht gewachsen sind, die einbrechen, wenn es nicht läuft. Und dadurch ist es auch einfach schwierig, dass man gewisse Führungsspieler auf dem Platz hat, die eben auch dann anderen Spielern helfen in solchen Situationen. Im Training ist auf jeden Fall zu beobachten, dass es schon drei Spieler gibt, die vorangehen. Und eben auch mal am ehesten laut werden, wenn es nicht läuft. Und das sind Marius Müller, Dominik Drexler und Michael Langer. Jetzt könnte man natürlich einfach ausdrücken, gut von den dreien hat ja auch keiner gegen Hamburg oder Lautern gespielt. Aber ich glaube, so einfach sollte man es sich jetzt auch nicht machen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen und das merkt man ja auch immer in den Spielen, dass vor allen Dingen auch Müller und Drexler Spieler sind, die sehr lautstark sind, die vorangehen, die natürlich auch viele Dinge vielleicht mal kritisch hinterfragen. Und auch Michael Langer ist sicherlich ein Typ, der da eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft spielt. Aber um dort unten rauszukommen, um in einer solch schwierigen Lage zu bestehen, braucht es eben auch mehr als zwei bis drei Führungsspieler. Und auch das ist eben dann ein gewisses Problem bei uns. Wenn es nicht läuft, dann haben einige Spieler genug mit selber zu kämpfen, statt eben dann für komplett Schalke kämpfen zu können. Und deswegen wird es ja womöglich auch im Tor einen Wechsel geben. Das war ja ein Thema, was wir gestern schon besprochen hatten. Karel Gerrits wollte sich ja dazu nicht äußern, aber es scheint wohl klar zu sein, dass er gegen Eintracht Braunschweig planen wird, Ralf Fährmann aus dem Tor zu nehmen und Marius Müller wieder zu Nummer 1 zu benennen. Denn es gab natürlich dann am Samstag auch eine Analyse, eine Videoaufarbeitung im Profileistungszentrum. Monat der BILD hat sich dann eben auch bei Gerrits und Wilmotz das BILD gefestigt, dass Fährmann stand jetzt und so, wie es die letzten Tage gelaufen ist, kein Rückhalt für die Mission Klassenerhalt sei. Deswegen hatte aber auch generell Karel Gerrits wohl schon den Gedanken, in der Wintervorbereitung den Torwart zu tauschen, weil natürlich auch Gerrits nicht blöd ist. Marius Müller hat in den ersten Spielen für uns tolle Leistungen gezeigt und natürlich wird das auch Karel Gerrits registriert haben. Aber, und das war dann wohl auch tatsächlich so, was auch verschiedene Medien berichtet haben, Marius Müller war einfach in der Vorbereitung nicht bei 100%. Und deswegen hat eben Karel Gerrits dort Ralf Fährmann das Vertrauen ausgesprochen. Aber man hofft eben nun, dass Marius Müller das bessere Gesamtpaket hat, um Schalke helfen und natürlich auch im besten Fall retten zu können. Bei Ralf Fährmann wiederum wird nachgesagt, laut den Ruhr-Nachrichten, dass er eben nur dann Bestleistungen bringen kann, wenn er das volle, absolute Vertrauen des Trainers spürt. Aber auch da muss man dann dazu sagen, das hat er bekommen von Karel Gerrits zu Beginn der Vorbereitung. Also es daran jetzt festzumachen, finde ich, deutlich zu einfach. Aber auch laut den Ruhr-Nachrichten ist klar, es soll beschlossene Sache sein, Marius Müller wird bei uns ins Tor zurückkehren. Das hat nun also die BILD berichtet, Ruhr-Nachrichten haben es auch berichtet und auch die WATS schreibt davon, eine Rückkehr von Marius Müller zwischen die Pfosten ist nicht unwahrscheinlich. Also Marius Müller wird ins Tor zurückkehren. Das kann man, glaube ich, jetzt schon so klar sagen, weil wenn es drei, vier Medienberichte darüber gibt, die allesamt in diese Richtung gehen, dann ist das auch beschlossene Sache, woher sie es auch immer wissen. Aber es ist dann eben auch sehr wahrscheinlich so und meiner Meinung nach ist es auch die vollkommen logische, richtige Entscheidung. Alles andere wäre auch einfach unlogisch gewesen. Das ist nichts gegen Ralf Fährmann, dem ich seine Schalke-Liebe zu 100% abkaufe, der schon viel für den Klub geleistet hat. Aber es ist eben auch so, dass er gegen Lautern nicht die Sicherheit ausgestrahlt hat, dass wir auch einfach mit Marius Müller einen Keeper brauchen, der auch mal seine Abwehrspieler zuvor zusammenstaucht oder auch da einfach mal klarere Kante zeigt und vor allem auch einfach auf der Linie das bessere Gesamtpaket mitbringt. Deswegen hoffe ich, dass Marius Müller ins Tor zurückkehrt. Und wie gesagt, es sieht auch sehr, sehr wahrscheinlich danach aus. Und dann ist da noch das Thema Kofi-Koao. Ich hoffe, ich spreche ihn immer noch richtig aus. Vielleicht muss ich ihn aber bald auch gar nicht mehr häufiger aussprechen, denn der Transfer von Kofi-Koao zu Schalke 04 ist sehr wahrscheinlich geplatzt. Eigentlich waren die Verhandlungen zwischen Schalke, Metz und Kuoao schon auf der Zielgeraden, aber laut der Watz, laut Sky und auch laut der El Keep droht der Transfer nun doch noch zu platzen. Grundsätzlich, wenn man sich einig, Kuoao sollte per Laie bis Saisonende kommen zu uns mit anschließender Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, wäre für mich rein von den finanziellen Dingen her ein Deal gewesen, der so auf jeden Fall vollkommen in Ordnung ist. Kuoao hat auch bereits am gestrigen Sonntag letzte Details vor der Vertrags-Interschrift bei uns geklärt. Es gab auch den athletischen Teil vom Medizin-Check schon und am Sonntag war eben damit Kuoao schon bei uns auf dem Trainingsgelände. Heute Morgen um 8 Uhr sollte dort der Watz dann der zweite Teil vom Medizin-Check stattfinden. Aber die sportmedizinische Untersuchung wurde zunächst abgesetzt und hier ist eben der Grund, dass der Transfer sehr wahrscheinlich platzen wird, weil es ein Angebot von Dynamo Zagreb gibt. Das ganze Ding zwischen Schalke und Kuoao ist auch noch nicht komplett vom Tisch. Er ist aktuell noch in einem Gelsenkirchen-Hotel. Schalke hat noch eine gewisse Resthoffnung, den Transfer finalisieren zu können. Aber der Deal wackelt ganz, ganz stark. Und wenn ihr vielleicht das Video seht heute Mittag, ich nehme es gerade um halb zehn auf, dann könnte es auch schon sehr gut sein, dass mittlerweile klar sein wird, dass der Transfer geplatzt ist. Also ich gehe stark davon aus, dass er platzt, weil dafür auch die ganzen Medienberichte in eine klare Richtung gehen. Denn es kam für Kuoao auch ein extrem verlockendes Angebot kurzfristig rein von Dynamo Zagreb. Und dieses Angebot ist wiederum auch attraktiv für Metz. Denn Dynamo will Kuoao direkt kaufen. Sie wollen ihn fest verpflichten für eben diese eine Million Euro, die Schalke in der Theorie auch im Sommer hätte bezahlen können. Aber Zagreb bekommt das Geld eben bereits jetzt. Und für Kuoao selber ist das Angebot wohl auch sehr verlockend. Und der Spieler hat wohl auch zugestimmt, laut der El Kiep zu Dynamo Zagreb zu wechseln. Und er hofft eben nun darauf, dass dieser Transfer funktioniert. Und somit kann man natürlich jetzt hier sagen, ja gut, wenn ein solcher Spieler dann noch dahin möchte und nicht zu Schalke, dann soll er das noch machen. Am Ende muss man aber auch einfach festhalten, wenn tatsächlich Dynamo Zagreb ihn haben möchte, die spielen jedes Jahr europäisch, zudem auch Metz schon jetzt diese Ablöse bieten kann, dann ist es auch nicht zwingend verwunderlich, dass dieser Transfer dann noch platzt. Ist natürlich bitter dann für uns gelaufen. Und nochmal wieder ein Sinnbild für Verhandlungen, die warum auch immer dann so lange gedauert haben. Auch da hätte man ihn vielleicht vor zwei Wochen schon geholt, dann hätte es ein Angebot von Zagreb nicht gegeben. Hätte man Louis Patry vor Weihnachten schon geholt, bevor sich andere verletzt hätten, hätte man auch da vielleicht schon eine Chance gehabt. Also es zieht sich auch da in einer gewissen Art und Weise durch, dass auch transfertechnisch vieles bei uns nicht gut läuft. Und deswegen stehen wir wohl dann doch jetzt zu Beginn der Woche ohne neuen rechten Verteidiger da. Es ist ein großes Problem. Es bleibt transfertechnisch eine große Frage, was jetzt noch bis zum 1. Februar passieren wird. Kofi Kouau wird höchstwahrscheinlich nicht zu Schalke wechseln. Das heißt, wir werden jetzt nicht zu Wochenbeginn einen rechten Verteidiger holen können und uns dann hätte er gegen Bronschek schon helfen können. Und das ist extrem bitter. Es kann doch sein, dass er trotzdem zu uns kommen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Und wenn man eben dann auch solche Berichte hört, dann kennt man natürlich auch die Mechanismen des Fußballs. Dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass er eben nicht zu Schalke wechseln wird. Das ist bitter. Auch wenn ich jetzt nicht komplett vom Spielertyp Kouau überzeugt gewesen wäre, weil er von den Offensiv-Outputs jetzt nicht ganz so optimal wäre, aber er wäre deutlich besser als die, die wir haben, ist natürlich dann schon extrem scheiße gelaufen. Ich glaube, das kann man dann auch so auf den Punkt bringen. Und deswegen sieht es sehr stark danach aus, dass Kofi Kouau nicht zu Schalke wechseln wird, sondern zu Dynamo Zagreb. Und somit sind das also die aktuellen S04 News des Tages. Und ihr könnt jetzt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.